Musik Ja moin Leute, ich bin's mal wieder, der Marcel der P. 9.7. Und berührt euch herzlich zurück zu Battlefield 3 Multiplayer, heute mal ohne Call, weil wir gestern Abend mal kurz aufgenommen haben und da habe ich vergessen meinen Tonaufnahme zu starten und deswegen hol ich den P. 10 nach ohne ihn. Oh. Ja, klasse. Ich habe doch der Sieg mich nicht, aber egal. Ich bin auf dem SDM Server, auf der Nordrashkanälen oder wie scheiß ausgesprochen wird. Und ja. Ja, woher mal direkt schon anfangen. Hopp, runter. Na, hier eine Weile bleiben, ob wir hier gucken, ob jemand vorbeikommt. Hm. Meistens habe ich Glück und kommt hier welcher lang. Woots. Hm. Yay. Okay. Number one. Ja, ich bin etwas ruhig. Lass ihn hier lang kommen. Bitte. Nächster. Doch nicht. Boah, habe ich mich erschrocken. Und der noch einmal. Ja, ey. Mit einer Zielform, aber das ist eigentlich besser zu zielen. Aber egal. Was ist los hier. Ich drehe mich ja extrem. Ach, egal. Dann ist weiter. Geht doch kaputt. Mann. Ich habe halt noch keinen Skill mit der Waffe. Für die habe ich erst neu gekriegt. Ein Koop-Modus. Ich habe gespawnt. Wo bin ich? Woop. 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 Ah, leck. Warum bin ich? Wieso immer ich? Danke schön, dass du ihm glaube ich gerecht hast. Was ist er nicht hier? Ah. Einfach schon. Wo, wo, wo. Wo, wo. KH2002. Noob. 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 A-ta-a-la Springen wir mal in den T 그림. Ok. Alle Herren hören. Wir verlieren alle. Hä? Ich sag jetzt nicht, da hat einer gekämmt. Tatsächlich Camper. Ich verrät mich ja total so kacke. Fickt euch alleine auf. Ich glaube ich nehme mein 1 SMG wieder. Was ist das für eine Schrotflinte oder was? Finde ich kacke. So. Ich bin übrigens LMG. Wow. Scheinbar! Ich bin gleich tot. Ja, der ist weg tot. Ja, der ist weg tot. Ich mag diese Map nicht. Weil hier können sie sich alle verkampen. Was ich eigentlich auch meistens tue. Das wird dann im beschissenesten verborenen Punkt der Welt. Woa. Ja, ich hätte mich hier hinlegen sollen. Camper du. Du verdammter Camper. Apropos Camper, das werde ich jetzt auch machen. Ich bin gleich tot. Nichts auch so. Alles Moves. Hier sehe ich dafür camped. Nein. Scheiss. Nicht hier. Scheiße, der Feind hat den Panzer. Oh, oh. Oh, hallo. Ich krieg die Kratze. Das ist nicht meine Runde. Ich krieg die Kratze. Komm. Halala. Sind doch den Scheiss Sprengstoff. Ja, klar. Schon wieder der. Mann. Ich kann die Map nicht leiden. Mann. Ich will nicht die Hand down spawnen. Die ganze Zeit ist wahnsinnig, aber egal. Ja, du mich auch. Ich werde in diesen Putten nur abgezogen. Das ist doch wohl nicht. Warum? Scheiße! Wir haben hier! Komm schon! Noob! Ich schieße ihn mit der Schriftmitte. So. Jaaaa, Camper. Ja, das war eben ein kleiner Bug, glaube ich. Oder mein Game hat sich vor kurzer Zeit aufgehangen. Äh, nicht da, wo ich mal hin wollte. Ich geh doch kaputt. Ich geh doch kaputt. Ja. 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 Ja, das war's für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Part ist auch wieder Korn mit dabei. Bis denn, tschüss.